hallo leute herzlich willkommen bei einem ja was soll man sagen kleinem info video eigentlich eine ankündigung und ja ich habe hier bin ich in der skype.com viel mit mir natürlich selber und dem initiator dieses projektes dem andy servus naja initiator würde ich jetzt nicht gerade sagen aber hallo erstmal ja ich komme von dem kanal killer zucchini eigentlich ist den leite ich mit meinem bruder und wir haben uns gedacht wir machen jetzt erst mal ein projekt und das stellst du jetzt vor oder genau ihr seht auch da oben irgendwo in bei mir ein angesagte kanäle sein kann also schaut mal vorbei und ja das projekt ist ja ich weiß nicht wer von euch das kennt mega projekt oder sowas ähnliches war ja mit fitterbiest und dieses projekt das soll vanilla minecraft also quasi der ursprung des minecraft sein genau und wir haben acht slots also acht menschen die mitspielen können und ja drei davon sind schon fest besetzt und jetzt wer rechnen kann fünf leute sind noch können noch rein in das projekt und mit diesem video könnt ihr euch bewerben schreibt mir oder dem andy eine nachricht bei mir könnt ihr überschreiben wo ihr mich erreichen könntet beim andy auch oder ja also ich würde sagen ja mir ist egal wir können auch die links in die beschreibung tun es ist bei uns noch nicht ganz sicher ob wir fünf oder sieben machen also je nachdem weil wir können ja auch zehn teilnehmer machen das nehme nicht alle acht gleichzeitig auf das müssen wir noch schauen also bewerbt euch auf jeden fall mal genau hängt einfach davon ab wie viele gute leute sich bewerben genau und was ihr mitbringen müsst um mitmachen zu können ist einfach eine einigermaßen an die mache mikroqualität und im mindestens 720p aufnahmequalität was man ja eigentlich mit die mit fast dem programm heutzutage hinkriegt jo genau also links in der beschreibung macht mit und ich bedanke mich bei euch für den zuschauen bis zum nächsten mal ciao tschüssi tschüssi